Wie spät ist es? Sie kann auch sagen, wieviel Uhr ist es? Es ist fünf nach zwölf. Es ist fünf nach zwölf. Orologio si dice ua, ma viene usato anche per dire che ora è. Ora si traduce con stunde, un'ora, eine stunde, due ore, zwei stunden, tre ore, drei stunden, etc. Wieviel Uhr ist es? Zehn nach zwölf. Sono le dodici e dieci. Si dice dieci minuti dopo le dodici. Dieci dopo dodici. Zehn nach zwölf. Wieviel Uhr ist es? Zehn nach zwölf. Wie spät ist es? Viertel nach zwölf. Un quarto. Viertel. Un quarto dopo le dodici. Viertel nach zwölf. Wie spät ist es? Viertel nach zwölf. Wieviel Uhr ist es? Zwanzig nach zwölf. Le dodici e venti. Venti dopo dodici. Zwanzig nach zwölf. Wieviel Uhr ist es? Fünf vor halb eins. Mezzogiorno e trenta. Mezzogiorno e mezzo. Viene tradutto con halb eins. È come se noi dicessimo è la mezza all'una. Manca mezz'ora all'una. Halb eins. Mezzogiorno e mezzo. Halb eins. Quindi per dire è mezzogiorno e venticinque. In tedesco si dice cinque alla mezza all'una. Fünf vor halb eins. Fünf vor halb eins. Wie spät ist es? Halb eins. Mezzo all'una. Mezz'ora all'una. Halb eins. Halb eins. Wie spät ist es? Es ist fünf nach halb eins. Mezzogiorno e trentacinque. Cinque dopo mezzo all'una. Fünf nach halb eins. Es ist fünf nach halb eins. Mezzogiorno e quaranta. E cioè luna meno venti. Si dice venti all'una. Zwanzig vor eins. Zwanzig vor eins. Per dire l'orario quindi è importante ricordarsi le due parole. vor e nach. Vor alle. Nach dopo. Mezzogiorno e venti. Cioè venti dopo dodici. Zwanzig nach dopo nach zwölf. Mezzogiorno e quaranta. Cioè quaranta alle una. Zwanzig vor eins. Zwanzig nach zwölf. Zwanzig vor eins. Zwanzig nach zwölf. Zwanzig vor eins. Zwanzig vor eins. Mezzogiorno e quaranta cinque. E cioè un quarto all'una. Viertel vor eins. Viertel vor eins. Zehn vor eins. Fünf vor eins. Le tredici e un minuto. Uno dopo l'una. Eins nach eins. Le tredici e tre minuti. Tre dopo l'una. Drei nach eins. Le tredici e cinque minuti. Cinque dopo l'una. Fünf nach eins. Le tredici e dieci minuti. Dieci dopo l'una. Zehn nach eins. Le tredici e quindici minuti. Un quarto dopo l'una. Viertel nach eins. Le tredici e venti minuti. Venti dopo l'una. Zwanzig nach eins. Zwei. Le sette e dodici minuti. Dodici dopo sette. Zwölf nach sieben. Le otto e un quarto. Un quarto dopo otto. Viertel nach acht. Nove e venti. Dieci alla mezza alle dieci. Per dire attenzione. Mancano dieci minuti a mezz'ora prima delle dieci. Dieci alla mezza alle dieci. Zehn vor halb zehn. Zehn vor halb zehn. Dieci e trenta. Manca mezz'ora alle undici. Mezza alle undici. Halb elf. Halb elf. Undici e quaranta. E cioè le dodici meno venti. Venti alle dodici. Zwanzig vor zwölf. Zwanzig vor zwölf. Mezzogiorne quaranta cinque. Oppure. Mezzanotte quaranta cinque. Un quarto. All'una. Viertel vor eins. Sie ist heute früh um halb sechs aufgestanden. Riescolte ripeti. Sie ist heute früh um halb sechs aufgestanden. Sie kommt morgen vormittag um fünf vor elf am Bahnhof an. For mittag di mattina. Morgen vor mittag. Domani mattina. Lei viene domani mattina. Sie kommt morgen vor mittag. Alle dieci e cinquanta cinque. Le undici meno cinque. A cinque alle undici. Umf umf for elf. Alla stazione. Am Bahnhof an. Per dire. Domani mattina. Le arriva alla stazione. Alle undici meno cinque. Sie kommt morgen vormittag um fünf vor elf am Bahnhof an. Riescolte ripeti. Sie kommt morgen vormittag um fünf vor elf am Bahnhof an. Er wurde gestern nachmittag um drei operiert. Lui è stato operato ieri. Er wurde gestern operiert. Würde serve a formare il futuro di secondo tipo che vedremo in seguito. Nachmittag pomeriggio. Mezzogiorno si dice mittag. Nachmittag letteralmente vuol dire dopo mezzogiorno. Quindi il pomeriggio. Gestern nachmittag ieri nel pomeriggio. Lui è stato operato ieri pomeriggio alle tre. Er wurde gestern nachmittag um drei operiert. Er wurde gestern nachmittag um drei operiert. Riescolte ripeti. Er wurde gestern nachmittag um drei operiert. Los big tumeriggio alle tre. video Iıı it Was machst du heute Abend um acht? Rieskulte und repete. Was machst du heute Abend um acht? Wir haben bis gestern Nacht um eins gefeiert. Festeggiare, feiern. Festeggiato, gefeiert. Noi abbiamo festeggiato. Wir haben gefeiert. Noi abbiamo ieri notte. Wir haben bis gestern Nacht al luna festeggiato. Um eins gefeiert. Wir haben bis gestern Nacht um eins gefeiert. Rieskulte und repete. Wir haben bis gestern Nacht um eins gefeiert. Wir haben bis gestern Nacht. Wir haben bis gestern Nacht um eins gefeiert. Wir haben bis gestern Nacht. Wir sind aufhörter, schliero. Untertitelung des ZDF für funk, 2017